Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Tagestaro am 24. Oktober 2017 Rat des Schicksals Wir können heute mit unerwarteten Ereignissen rechnen, Einflüsse von außen. Das Schicksal bietet uns Chancen und Möglichkeiten. Bitte nicht davonlaufen, auch keine Angst vor diesen Veränderungen, sondern wir sollen diese Chancen auch bewusst wahrnehmen, schnell handeln, aktiv zu sein. Es dreht sich etwas in eine andere Richtung und es ist sehr schön, sehr angenehm. Es ändert sich etwas in unserem Leben. Kann auch bedeuten, dass wiederkehrt sich etwas. Natürlich handelt es auch um Kontakte. Eine Person von Vergangenheit kehrt wieder zurück. Oder die gleiche Situation wiederholt sich nochmal, weil die Schicksal bietet nochmal eine Chance. Und diesmal sollen wir das auch annehmen. Es werden auch schicksalhafte Ereignisse sein oder Entscheidungen, aber diese Einflüsse kommen von außen. Diese Tages-Taro oder diese Tages-Energie natürlich allgemein. Aber in welchem Energiefeld befinden Sie sich gerade, können wir auch die Fragen stellen. Und Sie dürfen diese Fragen stellen und auch als Blitzberatung buchen. Und es ist nicht kompliziert. Sie schreiben ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung.at.denderasusannamedici.com Sie können Ihre Lebenssituation auch ausführlich beschreiben. Ich nehme die Zeit dafür. Und schauen wir an, was für Energiefeld ist gerade, was für Veränderungen sind zu erwarten. Und was soll der nächste Schritt sein? Sie können auch konkrete Fragen stellen, wie zum Beispiel, kommt er zurück? Liebt er mich noch? Sehe ich sie in den kommenden Tagen? Bleibe ich bei dieser Arbeit? Oder bekomme ich einen neuen Arbeitsvertrag? Soll ich die Wohnung kündigen? Oder soll ich umziehen? Soll ich diese Reise buchen? Kann ich meiner Freundin vertrauen? Was denkt mein Chef über mich? Wie ist die Finanzen? Habe ich Gewinnchancen? All diese Fragen betrifft unseren Alltag. Und diese Fragen sind auch sehr wichtig. Da benötigt man keine ausführliche Analyse oder eine lange Beratung, sondern es genügt eine Blitzberatung, weil ich werde diese E-Mails persönlich auch blitzschnell beantworten, entweder astrologisch oder über die Karten. Aber sie bekommen von mir eine Antwort. Und mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Und ein guter Rat ist immer Gold wert. Ich möchte noch etwas empfehlen. Und das ist die schamanischen Trommel. Ich arbeite als Astrologin zusammen mit einem Schamanen. Und die kosmische Energie kommt im Einklang zu Rhythmus. Ich werde in Zukunft auch Ausschnitte zeigen, was passen zu dem Tageshoroskop. Aber das können wir auch maßgeschnitten anfertigen. Für Sie persönlich. Und das ergänzt natürlich diese Blitzberatungen, die Antwort auf Ihre Fragen. Weil können Sie durch die schamanischen Trommeln im Einklang kommen zu diesem Energiefeld. Und das zu bestellen, eine Aufnahme, natürlich mit schönen Bildern und die Trommeln dazu, kostet 10 Euro. Und das ergänzt natürlich die Blitzberatung und die Klang der Trommeln. Und ich freue mich natürlich auch, das zu verkünden, das zum Zeigen auch. Und diese Möglichkeit besteht auch, die Energiefeld durch die Trommeln zu verbessern. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.